So, herzlich willkommen zum Let's Play Diablo 3. Es ist jetzt kurz vor 4 und wir sind immer noch auf der Suche nach diesem beschissenen Gang, wo wir jetzt hin müssen. So, zweimal sind wir falsch gelaufen. Also nicht bevor wir diesen Scheiß jetzt hier auch noch geschafft haben. Ah, mein Arsch tut schon weh, ne? Oh ja, ich weiß nicht wie viele Stunden jetzt das schon durchzocken, aber ich kann... Also, ich glaube, wir sind fast 8 Stunden am Stück. Ja, bloß 3. Mhm. Und wir sind immer noch nicht durch wie die Japaner, aber okay. Ein Koreaner war das, ein Koreaner war das. Der hat 5 Stunden gecraftet. 5 Stunden irgendwas. Wie lang meinst du? Aber es spukt einfach zu sehr, dass man das jetzt so durchrushen könnte. Ach, da handelt's so. Na, na, du kannst oben rum auch. Das ist dasselbe. Ah, na, na. Der Biddlefaller Drittes Auge Das ist auch bisschen wichtig Das ist ein Gold dabei, wa? Scheiße, 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 scheiße Nein Wieso habe ich keine Heiltränke? Ich glaube, ich habe die falschen Heiltränke auf Kug gehabt Dabei ist nämlich null gestanden Ich habe jetzt Loll Das war jetzt ein bisschen... Das war jetzt ein bisschen... Ich schiebe es jetzt mal auf die Müdigkeit Du mal Den wie weit rennst du noch zurück? Ja, ne... Wenn ich stehen bleibe, bin ich tot Weil die darf nie so komisch Bomben, alter Was ist da? Oh... MAAANN Du bist doch echt heute da Wo kommt die jetzt alle her? Die war so gespawnt ja EINE Güte Na cool ne gelbe Klinger hat's getroppt Für den Hexen-Doktor Aber was brauche ich ja nicht Was ist das? Was ist das? Was ist das? Na ja blabba Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Fankler rechts links oben und unten Nicht egal Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Baaah! Hier, guck mal, du kriegst aus wie wir in den nächsten Regier. Jetzt. Fuck. Hopp. Haha! Ich schwee den Sackguss! Ich schwee den Sackguss! Leute, was explodiert denn hier schon wieder? Also, diesmal ist Spidey vorgelaufen. Was ich überrascht! Ah! Oh, schreit! Nein! Oh, schreit! Oh, was geht das? Ein Jagdbogen. Mit 36, 4. Ich weiß ja, meine Waffe hat jetzt... ...44. Besser als meine Waffe. Ja, Killer. Frostlike und sowas. Und dass sie mit dem Blumen schreitzt. Die Stärkung sind kaum gegräst. Waffe! Wenn du nehmst. Waffe! 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 Da geht's lang, Jungs. Oh, Boss. Boss, 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 Boss. Mach mal abbrechen, mach mal abbrechen. Abbrechen kann ich nicht. Okay, mach mal doch zum Set.